In der neuesten Folge ihres Podcasts Die Pochers frisch recycelt äußerten sich Oliver Pocher und Sandy May Wölden nun offen zu den Vorwürfen, die Sandys einstige Nanny vor wenigen Wochen gegen sie erhoben hatte. Jetzt beziehen sie Stellung. Vor einigen Wochen erhob ein einstiges Kindermädchen, Gladys Kuasi, gegenüber der Bild schwere Vorwürfe gegen Sandy May Wölden. Die Kinder tun mir leid. Während meiner Zeit bei ihr war sie fast nie für ihre Kinder da. Und wenn sie zu Hause war, schickte sie sie oft weg, erklärte sie. Außerdem sei Sandy ihren Kindern gegenüber oft sehr hart gewesen, habe sich manchmal aggressiv verhalten und würde der Nanny außerdem noch Geld schulden. Heftige Anschuldigungen, zu denen Sandy vorerst schwieg. Vor wenigen Tagen äußerte sich die Ex-Frau von Oliver Pocher, 45, dann aber gegenüber RTL. Es gibt immer eine zweite Seite und es stimmt nicht immer alles, was geschrieben wird. Und damit nicht genug, auch in der neuesten Folge ihres Podimo-Podcasts Die Pochers. Frisch recycelt kamen sie und Oli nun noch einmal auf das Thema zu sprechen. Ich habe mich mal kurz wie Amira gefühlt. Ich habe einen kleinen Shitstorm kassiert, gab Sandy May Wölden offen zu und erklärte weiter. Zwei, drei Tage lang wurde das ganz groß in der Bild-Zeitung berichtet. Ich wusste gar nicht, dass ich so interessant bin. Eigentlich habe die fünffache Mutter nicht groß auf das Thema eingehen wollen, wolle aber klarstellen. Ich möchte eigentlich nur dazu sagen, dass es natürlich einen Grund gibt, warum man Menschen, die für einen gearbeitet haben, und gerade, wenn man einen Menschen so nah an die Familie ranlässt und mit seinen Kindern vertraut, dann gehen lässt. Die Gründe möchte ich tatsächlich für mich behalten. Ich bin jetzt nicht jemand, der groß private Dinge medial ausschlachtet. Außerdem rechtfertige sich IE 41-Jährige. Wir sind definitiv keine Unmenschen, die Rechnungen sind bezahlt. Es gab Gründe dafür. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir da richtig agiert haben. Im Sinne der Kinder möchte ich da nicht mehr groß zu sagen. Und auch ihr Ex Oliver Pocher erklärte, sie ist gegangen, wurde bezahlt und warum dann noch jemand zur Bild-Zeitung geht, ist Segen und Fluch der Bekanntheit. Laut des Comedian würde es immer wieder Leute geben, die versuchen würden, ein mediales Druckmittel zu nutzen. Vor allem Kuasis Aussage, Sandy sei nie da gewesen und sie habe sich um die Kinder kümmern müssen, kritisierte er scharf, denn das sei schließlich ihr Job als Nanny gewesen. Das ist wie ein Pilot, der sich darüber aufregt, dass er immer ein Flugzeug fliegen muss, so Olli. Es sind alles Dinge, die richtig wehtun. Ich kann den Schmerz annehmen und ich kann daraus wachsen. Das wiederum kann Oliver Pocher so nicht nachvollziehen. Was ist denn das für ein Schrott, den du da erzählst? Richtig wehtut es, wenn ich dir jetzt gegen das Schienbein trete. Dennoch habe Sandy aus dem Vorfall gelernt und wolle nun noch mehr auf Redflex achten. So dramatisch ist es nicht, wenn mal zwei, drei Artikel gegen einen laufen, zeigte sich Oliver Pocher gelassen zu dem Thema. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020